Frauen in der ASFINAG sind mutig und zielstrebig. Frauen in der ASFINAG sind innovativ, kreativ. Frauen in der ASFINAG sind im Vormarsch und eine absolute Bereicherung. Frauen in der ASFINAG sind großartig. Die ASFINAG fordert und fördert Frauen. Die ASFINAG braucht Frauen, weil sie mutig sind und voller Selbstvertrauen. Weil ohne Frauen einfach nichts läuft.